Digitalisierung erfasst so nah alle Lebensbereiche, verbindet Menschen, steigert die Lebensqualität, erschafft neue Technologien und Angebote. Wir wollen in Wilfred davon nachhaltig profitieren. Selbstverständlich steht Datenschutz und Sicherheit an oberster Stelle. E-Government ist der Baustein der modernen Verwaltung, liefert den Bürgern und den Unternehmen zeitgemäßen Service. Kein Urlaubstag mehr notwendig für den Gang ins Rathaus. Und sie wirkt dem Fachkräftemangel in der Verwaltung entgegen. Digitale Infrastruktur. Wir wollen flächendeckendes Highspeed-Internet in ganz Wilfred. Breitbandanbindung sichert all den Zugang zur modernen Gesellschaft. Und sie ist ein wichtiger Faktor der Wirtschaftsförderung. Smart City. Darunter verstehen wir eine ganzheitliche Optimierung der städtischen Infrastruktur. Mit Hilfe moderner Technologien wie dem Internet der Dinge. Beteiligung. Digitale Medien stärken die Beteiligung aller Bürger an der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil für Transparenz und zur Förderung der Demokratie. Fördermittel. In Zeiten, Klammerkassen in Wilfred, sind Fördergelder eine Grundlage guter städtischer Infrastruktur und somit der Lebensqualität in Wilfred. Fachämter der Verwaltung beklagen eine nicht ausreichende Personalausstattung. Da lässt sich oft nur das dringendste Tagesgeschäft erledigen. Wir möchten daher die Stelle eines Projektmanagers im Rathaus, der sich schwerpunktmäßig um Förderprojekte kümmert und die Fachämter bei der Ermittlung, Beantragung und Umsetzung der Förderprojekte unterstützt. Dieser Projektmanager kann durch allgemeines routiniertes Methodenwissen die Ausschöpfung von Fördergeldern optimieren. Sicherung der natürlichen Landschaft und Vielfalt. Wir Grüne sehen im Erhalt der natürlichen Vielfalt einen zentralen Faktor unserer persönlichen Motivation. Bei allem, was wir zur Sicherung der Lebensqualität unserer Generation unternehmen, dürfen wir die der nachfolgenden Generation nicht außer Acht lassen. Auch die nachfolgenden Generationen sind von einer intakten Umwelt abhängig. Klimawandel, Flächenverbrauch, Artensterben werden, wenn wir unser Verhalten nicht jetzt ändern, sie über alle Lebensbereiche ein vielfaches härter treffen als uns jetzt Corona. Und das dann aber dauerhaft und ohne Aussicht auf Besserung. Wir dürfen die jetzige Generation nicht überfordern. Dieser Satz klingt so banal, er enthüllt aber in Wahrheit unsere Maßlosigkeit. Nie war der materielle Wohlstand höher als heute. Keine Generation in den Industriestaaten hat je sicherer gelebt. Keine hat derart von den Leistungen der vorherigen Generationen profitiert. Und keine hat größeren Raubbau an unserem Planeten betrieben. Wenn die Sicherung der Lebensqualität der nachfolgenden Generationen, wie es alle vorherigen Generationen unter schwierigeren Verhältnissen taten, uns überfordert, dann sollte uns das zum Nachdenken bringen und zum Umdenken. Das waren unsere aktuellen Handlungsfälle, auf die wir in weiteren Videos separat detaillierter eingehen. Wir freuen uns, wenn Sie uns zukünftig dabei begleiten und das Angebot zur Diskussion aufgreifen. Bis bald und frohe Ostern! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017